Jeder hat doch diesen einen Freund, der auf dem SMP-Server immer die Kisten klaut. Und dagegen habe ich was. Ich präsentiere euch die Vaterkiste. Warum die Vaterkiste? Ich zeig's euch mal. Die Vaterkiste funktioniert wie folgt. Ihr habt einfach eine normale Kiste und dann läuft ihr einfach mal 64 Blöcke weg. Dann fällt euch langsam auf, dass die Kiste verschwinden sollte. Also technisch gesehen, wenn man die Kiste über 64 Blöcke in die Luft baut, verschwindet sie. Und da hatte ich mir das ausgedacht. Ich hab mir nämlich einfach einen riesigen Turm nach oben gebaut und hab dann hier oben mein verstecktes Kistenlager hingepackt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner dieser vaterlosen Diebe meine Kisten finden wird.